Wenn Sie etwas mit einem Nagel oder Klebstoff befestigen wollen, haben Sie meist ein großes Problem. Sie akzeptieren ein Loch in der Wand oder Sie müssen lange warten, bis der Klebstoff getrocknet und das Objekt an der Wand fixiert ist. Mit TESA PowerStrips gehören diese Probleme der Vergangenheit an. Und so einfach geht's. Die Schutzfolie auf einer Seite entfernen und den PowerStrip auf eine saubere und glatte Oberfläche kleben und andrücken. Danach einfach die Folie auf der anderen Seite abziehen und schon kann es losgehen. TESA PowerStrips kleben schnell und zuverlässig. Starker und sicherer Halt bis zu 2 kg ist garantiert. Und das Beste? TESA PowerStrips sind jederzeit spurlos wieder ablösbar. Verabschieden Sie sich von zerstörten Untergründen oder lästigen Klebstoffresten. TESA PowerStrips hält sofort und zuverlässig, solange Sie wollen. TESA PowerStrips Untertitelung des ZDF, 2020